Lena wird angerufen. Oh nein? Von Bess? Nicht ihr Ernst. Hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir sind wieder zurück bei Carol und wir hatten das letzte Mal ein so dramatisches Ende von Aaron. Also es tut mir so im Herzen weh, dass Aaron jetzt weg ist. Euch auch, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Und wir sind uns ja mal ganz klar bei einer Sache einig. Und zwar, wir hassen Orange Bailey Moon. Aber ihr habt mir schon geschrieben, diesen Mann werden wir glaube ich richtig quälen. Und werden wir vielleicht ein bisschen Freude dran haben, weil wir sind einfach nur froh, wenn der Typ nicht mehr ist. Also wir mögen den nicht, der mag uns nicht, das beruht auf Gegenseitigkeit, okay. Aber zuerst wollen wir seinen Ruhm noch abstauben. Aber Leute, was wir halt nicht vergessen dürfen. Wir haben eine Gefangene in unserem Restaurant. Und natürlich müssen wir uns um sie auch kümmern. Und darum starten wir den heutigen Part heute aus Sicht von Billy. Die da unten in ihrem Glaskasten schmort. Und schau mal, wie es hier so geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Part und sage, let's go. So und wir sehen hier unsere Billy. Die sieht inzwischen schon ziemlich mitgenommen aus. In ihrem kleinen Kellerloch ist es inzwischen alles verdreckt. Sie hat angefangen, die Möbel zu zerkratzen. Die Essenskiste hat Carol offensichtlich mal rausgestellt. Ich habe das gemacht, damit sie sich nicht selbst bedienen kann. Weil diese Kiste ist ja quasi unerschöpflich. Aber realistisch gesehen würde diese Kiste ja irgendwann mal leer gehen. Darum habe ich sie einfach weggenommen, damit sie keinen Zugriff mehr auf die Kiste hat. Damit ihr Hungerbedürfnis halt auch sinkt und sie sich nicht da mit Joghurts über die Runden schlägt. Denn irgendwann mal wäre diese Kiste halt einfach leer. Und Carol hatte bislang leider keine Zeit, bei ihr vorbeizuschauen und die Kiste aufzufüllen. Darum habe ich sie einfach mal rausgestellt, damit es ein bisschen realistischer ist. Die Toilette ist dreckig, der Kinderhochstuhl ist dreckig. Es sieht hier inzwischen echt eklig aus. Und auch Billie selbst geht es schlecht darum, duscht sie jetzt mal. Und sie ist jetzt in den Wehen. Also es ist jetzt soweit. Billie bekommt das Kind von ihr und Orange Bailey Moon. Dieses kleine Kind, was wir eigentlich, sag ich mal, gar nicht haben möchten. Weil es ja Alaya den Posten als die wahre Tochter streitig macht. Sie hat es jetzt geschafft, sich zu duschen. Sie war auch schon auf Toilette. Sie putzt so ein bisschen, was sie halt finden kann. Und jetzt schauen wir mal, ob sie in diesem Loch da unten das Kind auch kriegen kann. Ich habe ihr ja eigentlich alles zur Verfügung gestellt. Okay, wir schauen mal. Baby bekommen. Sie hat Ultra Hunger. Und jetzt stellt sie sich hin. Billie bekommt das Baby. Oh je, ich weiß echt nicht, wie lange sie es da unten schaffen wird. Also ihr Hungerbedürfnis ist schon sehr weit unten. Es war sogar einmal lebensbedrohlich. Aber da Billie zu dem Zeitpunkt noch schwanger war, kann sie nicht verhungern. Es ist ein Mädchen. Billie hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Wie möchtest du sie nennen? Ich würde jetzt sagen, sie nennt sie Hope. Weil sie sitzt da unten im Keller. Sie ist schon eigentlich kurz vorm Verhungern. Sie weiß, dass sie da unten niemand mehr besuchen wird. Dass Orange sie irgendwie auch nicht sucht. Und ich glaube, sie hat mit ihrem Leben quasi schon abgeschlossen. Sie glaubt, dass sie es nicht schaffen wird. Und jetzt hat sie dieses Kind noch mit den widrigsten Umständen auf die Welt gebracht. Und denkt sich, ich gebe den Namen Hoffnung. In der Hoffnung, dass irgendwer die Liebe übrig hat, dieses Kind aus diesem Loch rauszuholen. Weil, was soll sie machen? Dieses Kind, sie hat es jetzt quasi auf die Welt gebracht. Und wenn sie jetzt nicht mehr ist, sie wird sie nie erfahren, ob dieses Kind noch abgeholt wird. Darum nennt sie sie Hope. Und ich finde das sehr schön, weil wir können sie mit dem Namen, glaube ich, in der Welt auch ganz gut finden. Weil ich nicht wüsste, dass es noch andere Sims gibt in meiner Welt, die so heißen. Also falls uns irgendwann mal wieder über den Weg läuft, erkennen wir sie wieder. Als Nachname ist sie ja jetzt eigentlich Bailey Moon. Aber, jetzt mal in die Zukunft gedacht, wenn dieses Kind überleben wird, dann sollte sie nicht den Namen Bailey Moon tragen, weil sonst wäre es ja zu offensichtlich. Und wir nennen sie jetzt mit Nachnamen Doe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in den USA ist es zum Beispiel so, wenn unbekannte Tote auftauchen, dann bekommen sie den Namen Jane Doe oder John Doe. Und das ist so ein Alias für, man wusste nicht, wie die Person hieß. So ein Mustermann. Sag es mal so. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich anspiele. Von Jane Doe ist es jetzt Hope Doe. Oh, Billy und Orange haben ein Baby bekommen. Oh nein! Oh, Hope. Ja, und oh, Billy ist traurig. Ich werde eine schreckliche Mutter sein, weil sie glaube ich weiß, dass sie es nicht schaffen kann. Sie putzt jetzt da und sie kann sich auch um Hope kümmern, so gut sie kann. Sie kann sie stillen. Aber das Fatale ist, wenn Billy jetzt, sie wird natürlich alle ihre Energie in ihr Baby stecken und sie wird sie stillen, so gut sie kann, aber sie hat selbst keine Nahrung und das wird ihr bestimmt noch zum Verhängnis. So, der nächste Morgen bricht an. Es ist jetzt Samstag, 5 Uhr morgens. Und Lena ist schon wach. Lena, wo bist du? Ach Lena, hier. Die ist aufgewacht und ist hungrig. Ach okay, sie ist inzwischen schon wieder sauber, obwohl wir doch eigentlich gar kein Wasser haben. Wie auch immer sie das geschafft hat, aber schaut mal, was jetzt hier neu dazu gekommen ist. Pubertät begonnen. Lena ist jetzt in der Pubertät. Da muss jeder durch. Ja, allerdings, girl, also welcome to Pickletown. Ich fühle das sehr. Es tut mir leid für sie. Wir können mal dagegen ankämpfen. Die Gesichtsreiniger auftragen. Und Akne abdecken. Ansonsten schläft mein Haushalt noch. Es hält sich ehrlicherweise in Grenzen mit der Traurigkeit. Ich meine, okay, die Kinder sind hungrig, aber keiner hat ein übelst trauriges, also keiner hat diese große Trauer. Entweder haben sie noch nicht begriffen, dass Aaron verstorben ist, weil sie halt nicht dabei waren. Vielleicht glauben sie auch, dass Aaron einfach nur nicht wieder gekommen ist. Dass sie sich getrennt haben, dass Aaron die Familie verlassen hat. Ich meine, die beiden Kinder sind ja inzwischen schon viel gewohnt, wenn wir ehrlich sind. Die haben ja schon sehr viel mitgemacht in ihrem Leben. Möglicherweise hinterfragen sie es auch einfach nicht mehr und denken sich, die Mutti, die schleppt sowieso alle Nase lang wen Neues an. Ach, was soll's, lassen wir uns gar nicht so groß auf die Männer ein. Kel schläft relativ friedlich. Sie hat die Trauer, sie hat Verlust einer Familie. Interessant, weil sie hat es mitbekommen. Hungrig ist sie auch. Und irgendwo stinkt ein Kleinkind. Das kann ja dann nur Alaya sein. Oh ja, Alaya stinkt. Und wir haben 10.439 Simoleons übrig, aber immer noch, glaube ich, hohe Rechnungen. Also hier ist noch die Rechnung offen. Was haben wir? 14.336. Also uns fehlt es an 4.000 Simoleons ungefähr, um das hinzubekommen. Und darum würde ich sagen, wir gehen mal die wichtigsten Sachen einpacken, damit wir dann zu Orange Bailey Moon ziehen können. Damit wir das hier wieder zu Geld machen, was wir uns hier aufgebaut haben. Weil wir haben inzwischen keinen Strom mehr, wir haben keinen Wasser mehr. Und wir müssen ja zu Orange Bailey Moon ziehen. Und dann würde ich nämlich sagen, planen wir, wenn wir dort leben, diese fette, übertriebene Star-Hochzeit. Aber der soll erstmal hier für unseren Lebensunterhalt aufkommen. Darum machen wir das Spiel wie immer. Wir stopfen jetzt Carols Handtasche voll. Also gut, die Kleidung kann hier bleiben, die Dreckwäsche. Aber wir müssen wieder alle unsere Urnen mitnehmen. Ganz wichtig. Alles, was sonst im Black Widow Keller ist, kann ich über das Kopieren des Raumes dort auch wieder einfügen. Und ich würde auch sagen, dass wir dort im Haus wieder unseren Keller natürlich etablieren. Darum mache ich das jetzt mal. Hier, ich nehme den ganzen Raum, oder? Zimmer speichern. Das ist definitiv ein... Karriere und Verschiedenes. Das finde ich gut. So, wir nennen das... OBM für Orange Bailey Moon. Und so, was haben wir noch? Was wir unbedingt mitnehmen möchten. Was wir immer so einpacken. Die Massageliege haben wir zwar immer mitgezogen, aber wenn ich ehrlich bin, wir haben sie kaum noch benutzt. So, die Erinnerungen an Hideki sind irgendwie auch so ein bisschen dahin. Wenn man ehrlich ist. Was haben wir noch im Haushalt, was wir gebrauchen würden? Ihr schreibt mir bestimmt später was in die Kommentare, wo ich mir dann denke, oh man, na klar. Ich Idiot, hab's wieder vergessen. Komm, wir nehmen eine Yogamatte mit ins Inventar. In Erinnerung an Aaron. Ich nehme die Kinderbilder, die wir hier hingehängt haben. Und ich glaube, der Teller ist auch von einem unserer Kinder. Nehme ich auch mal mit. Komm, ich nehme das Kinderbild auch mal mit. Ansonsten würde ich fast nur eine Badewanne mitnehmen. Weil die halt wirklich wertvoll war. Dann nehmen wir die Laptops der Kinder vielleicht mit. Wir haben ja hier unten auch einen Computer stehen bei Aaron. Den nehmen wir mit. Hier ist unsere Black Widow Statue, die nehmen wir mit. Und unseren Hirsch nehmen wir auch mit. Kinderhochstuhl brauchen wir jetzt sowieso, nehmen wir auch mit. Ja, ansonsten. Ich weiß nicht. Ich gehe ja davon aus, dass bei Orange Bailey Moon auch viel ist. Oder ich glaube, da war schon alles. Hat eh schon sehr gut gepasst. Den Rest können wir dann im Zweifel neu kaufen. Ich hoffe ja, dass wir viel, viel Geld aus diesem Haus bekommen. Und wie gesagt, der ganze Wert der Black Widow, der müsste mit dem Zimmer hoffentlich mit übernommen werden. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass so ein paar Sachen nicht drin sind, gell? Ach komm, ich kann nicht ins Haushalt-Inventar. Ich nehme die Frösche mal noch mit. Und die Bilder. Ich habe irgendwie traurig dem Ganzen ja dann doch nicht, gell? Okay. Aber ich glaube, wir haben das Wichtigste. Ich hoffe, wir haben das Wichtigste. Alaya ist am Weinen und am Stinken. Die ist super traurig, weil sie so stinkt. Aber wir können alle nicht duschen, weil in unserem Haushalt kein Wasser mehr existiert. Und alles ist schmutzig. Und alles ist... Die Wäsche da hinten gammelt schon rum. Also Leute, ich gehe davon aus, wir haben alles mitgenommen, was ich mitnehmen sollte und wollte. Es tut mir leid, wenn ich was wieder mal verpeilt habe. Ihr kennt mich. Aber gut. Unsere beiden Teenies, denen geht es relativ gut. Ben sitzt hier im Bad. Lena macht natürlich Sport. Was sonst? Guckt mal hier, überall tummeln sich schon die Wollmäuse. Ich glaube, Carol will einfach nur weg. Oh Gott, ja. Die liegt im Bett morgens und heult. Ich glaube, es ist... Also man sieht hier, es ist Trauer. Also sie vermisst Aaron irgendwie. Aber Carol geht es immer in erster Linie darum, sich und ihren Kindern das beste Leben zu ermöglichen, was sie haben kann. Und für sie ist es Geld, 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 Geld. Immer mehr Geld und immer größere Häuser. So, und deswegen nehmen wir jetzt Carol und reisen zu Orange Bailey Moon und versuchen mal, ihm an einem Samstag um 9 Uhr bei einem Frühstück von mir aus klarzumachen, hey, Dude, ich ziehe jetzt bei dir ein. So, da sind wir. Hier ist es übrigens heiß. Also Carol, du kannst dich gerne in ein anderes Outfit schmeißen. In ein schickes Heißwetter-Outfit. Also hier, da wo in Willow Creek, da wo Orange wohnt, ist es heiß. Ja, komm. Wir werden Carol dann ja auch wieder einen neuen Look verpassen. Wenn sie dann mit Orange Bailey Moon zusammen ist, bekommt sie wieder ein Over, ein Makeover zum, ja, zur Starfrau. Ihr wisst schon, also zur, wie soll man es sagen? Ja, zur Star-Ehefrau. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das aussehen wird, aber ich freue mich auf alle Fälle schon drauf. Oh Gott, Carol stinkt halt einfach. Vielleicht können wir bei ihm duschen. Hallo? Knock, knock? Ist da jemand? Wie sie halt, ist sie kokett? Ja, tatsächlich. Oha. Da kommt er schon mit seinem Sixpack. Angedüdelt. Man freut sich, dass es bei ihm sauber ist. Ja, schön für dich. Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Guckt mal, in diesem Haushalt ist Baden offensichtlich eine Leidenschaft. Gut, das ist hier die Dings. Brennt dich nochmal aus. Junge, du kannst hier, du musst Energie sparen. Ich komme jetzt nicht, ich habe kein Geld. Wir mögen uns immer noch nicht besonders. Also eigentlich mögen wir uns nicht, aber irgendwie begehren wir uns. Ganz, 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 ganz strange Beziehung. Glaubt ihr, erlaubt uns hier zu duschen? Carol denkt sich beim Reden mit ihm auch schon, boah, eigentlich habe ich so gar keine Lust auf den. Oh, sie wünscht sich auch mal wieder... Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, sie wünscht sich auch mal wieder mit Candy was zu machen, aber nein, sie will frech sein. Hervorragend, Carol. Aber wir können bei ihm im Zweifel ja auch im Pool uns ein bisschen frisch machen. Aber sei jetzt mal, ist jetzt mal egal. Dieses Frischmachen ist jetzt mal zweitrangig, sondern uns geht es in erster Linie darum, dass wir hier einziehen wollen. Ich kann natürlich jetzt ihn... So, ich nehme mir das Traurigkeitsmerkmal mal weg, weil Carol ist eine Black Widow und mit dem Mod, den ich installiert habe, sind die viele Tage lang, also sehr viele Tage lang sehr traurig, wenn ein Sim gestorben ist. Und das finde ich passt für eine Black Widow nicht, deswegen nehmen wir ihr das Merkmal weg, sodass wir auch die Chance haben, mit ihm jetzt richtig zu flirten. Ich hauche mal einen Kuss. Und Carol entscheidet sich jetzt einfach, hier hochzugehen und ein kurzes Bad zu nehmen. Also, das ist vielleicht auch nicht schlecht, um ihm so mitzuteilen. Ich werde hier übrigens bald einziehen, nur damit du es weißt. Also gut, Carol hat sie hier... Carol hat sie ihr Badebedürfnis jetzt erfüllt. Und ich gehe mal davon aus, ich kann ihn leider nicht fragen, ob ich bei ihm einziehen kann. Deswegen werden wir ihn jetzt einfach so ein bisschen überrumpeln und ihm sagen, hey, übrigens, ich werde jetzt hier einziehen, weil weißt du, ich habe ein bisschen Geldsorgen. Aaron ist ja leider vergiftet worden, wie du weißt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was von Aaron wusste. Und dann holen wir jetzt unsere Kinder und führen die beiden Haushalte einfach mal zusammen. So. Wir haben 10.439 Simoleons und wir nehmen jetzt alle Kinder und stopfen sie bei Orange Bailey Moon in Willow Creek rüber. Und die gesamte Einrichtung auf dem Grundstück werden wir verkaufen, weil wir Geld brauchen, was wir wiederum in die nächsten Häuser stecken. Ihr kennt das Spiel. Wir haben dann jetzt ein Haushaltseinkommen zusammen von 234.693 Simoleons. Das lohnt, Leute. Nice. Und da sind wir jetzt eine schöne große Familie mit einem neuen Mann an der Seite und wir wohnen in Willow Creek in dieser Schattenvilla. So, da sind wir. Wer ist das hier? Ah, okay. Ein paar Fremde und die Knarch-Gesicht, glaube ich, steht hier auch rum. So, das ist dann mal unser neues Zuhause. Orange Bailey Moon ist hier und schwimmt ein bisschen und jetzt haben wir auch Zugriff auf ihn. Er möchte Staatsfeind sein und er ist eben in der Polizeikarriere. Hope ist bei ihm natürlich jetzt mit drin. Das war irgendwie zu erwarten. Er will keine Kinder, er mag keine Kinder, er ist gesellig. Okay, was macht das, aber was ist das für, was macht das für einen Sinn, dass er Staatsfeind ist, aber Polizist? Also irgendwie hat der doch Dreck am Stecken. Irgendwas stimmt doch mit Orange Bailey Moon nicht. Ich meine, was verdient er denn? 123 Simoleons die Stunde. Er muss vier Fälle lösen. Setze deine Spürnase ein und löse den vierten Fall. Ich möchte ja mit ihm eigentlich nicht in eine Karriere gehen, wo ich mitgehen muss und für ihn die Beförderungen machen, sondern er soll halt etwas haben, wo er ins Rabbit Hole geht. Boah, das, hm, darum werden wir mit ihm vielleicht gar keine Beförderung mehr hinbekommen. So, und dieses Haus werden wir auf alle Fälle im nächsten Part dann mal umgestalten. Wir werden unseren Black Widow Keller unten reinbauen und dann alles, was wir halt so mitgenommen haben, platzieren. In erster Linie, ich meine, wir haben hier gute Grundvoraussetzungen. Hier ist ein Schlafzimmer, hier ist ein Kinderzimmer, da ist, würde ich sagen, Elternschlafzimmer und hier ist, also Kinderzimmer, Kinderzimmer, Kinderzimmer. Teenie, Teenie, Kleinkind vielleicht, unsers. Das passt. Und dann haben wir halt Wohnzimmer, Küche. Ja, das reicht ja eigentlich, mehr braucht man auch nicht. Wir können hier draußen auch was anpflanzen. Hier ist der Grabstein von Riley, von dem Hund, der ja auch verstorben ist. Und zack, sind wir unsere Schulden los, Leute. Schaut mal, 629.000 Simoleons. Läuft, oder? Lena hat sich schon bequem gemacht. Alaya liegt auch da oder sitzt auch da und spielt relativ glücklich. Ben ist mal dabei, hier das Puppenhaus zu richten. Also soweit eigentlich alles, alles okay. Dann könnten, ich weiß nicht, sind die Kleine jetzt schon gebadet? Ja, ist sie schon sauber? Dann lasse ich sie einfach mal beim Spielen zuschauen. Und Orange, so hier abends schwimmen und versucht sich aus irgendwie, als ob ihn das alles nicht so ganz interessieren würde. Ich glaube, den haben seine vorherigen Ehefrauen nicht interessiert, den interessieren wir jetzt auch nicht, den interessieren die Kinder nicht. Der ist irgendwie so mit sich beschäftigt. Aber wisst ihr, aber wisst ihr, was mich interessiert? Wie bist du ein Star geworden? Oh, er hat einen Ruhmpunkt. Und wie kriege ich ihn noch mehr zum Star? Der hat schon, hat der schon so, der hat schon Punkte? Und jetzt habe ich noch einen. Bemerkenswert zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karrieren. Ja, Orange besitzt irgendetwas, doch dass er sich von der Menge abhebt und die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aufgrund dieses Aspekts seiner Persönlichkeit besteht die Chance, dass jede Fähigkeiten oder karrierebasierte Aktion die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt, sodass der Ruhm von Orange steigt. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Denn wie gesagt, der soll richtig berühmt werden, damit sich das auch gelohnt hat, dass wir diesem Star hinterhergelaufen sind. Ich glaube, sein Vater ist der richtige Star. Genau, sein Vater, Torne, Bailey, der ist doch, glaube ich, Megastar und von dem haben wir auch, glaube ich, gut laufende Autogramme bekommen. Und Bailey ist ja vielleicht nur deswegen so ein aufgehender Stern, weil er wiederum auch nur bekannt durch seinen Vater ist. Oh, da kommt Lena auf Bailey zu. Ich komme nicht darauf klar, dass der Orange heißt. Ich glaube, ich nenne ihn häufiger einfach Bailey. Das klingt für mich irgendwie mehr nach Vorname als Orange. Wer weiß, Leute, wie oft ich den Typen noch, so wie ich den Typen noch nennen werde. Ich gebe mein Bestes, versprochen. Lena fragt ihn, mein Gesicht sieht schrecklich aus, so kann ich nirgendwo hingehen, was soll ich machen? Und er hat nur eine Möglichkeit zu sagen, du siehst ganz normal aus, stell dich nicht an. Oh, du bist so nett. Danke für nichts. Lena wird angerufen. Oh nein. Von Bess? Nicht ihr Ernst. Nicht ihr Ernst. Bess ruft von der Untersuchungshaft aus bei Lena an und kommt mit genau der gleichen Sache um die Ecke, wie sie damals Don ausgenutzt hat. Sie hat Don mehrere tausend Simoleons, soweit ich mich erinnere, im Laufe der Zeit aus der Tasche gezogen. Das fing auch so an mit einem und hundert und so. Ich glaube, die hat uns richtig Geld damals gekostet. Und jetzt ruft sie Lena an. Also offensichtlich, die sitzt die gerade in U-Haft, ist an ein Handy gekommen oder so und hat nichts Besseres zu tun gehabt, als jetzt wieder ihre Leute durchzurufen und ihre Kohle ranzuschaffen. Die wird vielleicht für ihre eigene Verteidigung Geld brauchen. Bitte Lena. Lena ist klug. Wie wir im letzten Rat erfahren haben, ist Lena klug und weiß, wie man mit Geld umgeht. Darum wird sie Nein sagen. Beziehungsweise auflegen. Schlaues Mädchen. Und schaut mal, Lena und Orange, Mensch, du hast mir den Tag versüßt. Danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Aber unser Telemarketingbetrug war klick. Glaubt ihr, schaut ihn mal an, dass er unsere Tochter anschmachtet? Also er hat ja auch Alessia so ein bisschen, also nicht nur so ein bisschen, er hat ja auch Alessia angebaggert, wenn wir ehrlich sind. Aber das ist dann nichts geworden. Und das ist auch so ein bisschen mit der Grund, dass Carrie mit Orange Belly Moon anbatteln wollte, damit sie auf alle Fälle den abbekommt, der eigentlich ja ihre Stieftochter wollte. Wenn er jetzt allerdings Lena attraktiv findet, oh, der Typ wird immer unsympathischer. Oh, der wird immer unsympathischer. Bitte, Lena. Bitte, Lena, fall nicht drauf rein. Bisschen eklig. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm ein Umstyling geben will oder ob ich ihn einfach so lasse. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, Leute. Soll Orange Belly Moon ein Umstyling erhalten oder lassen wir ihn als NPC so clownig sein, wie er halt ist? Ich weiß nicht, manchmal hat er ein Haarnetz drin und trägt Ohrringe und so. Er sieht manchmal einfach wild aus, der Typ. Aber es kann schon sein, dass Lena ihm gefällt, weil er ist ja auch recht durchtrainiert und Lena ist sportbegeistert, dass er halt merkt, dass er an den Mädeln, dass er Gemeinsamkeiten sind. Aber hey, es gibt ja auch noch Ben, vielleicht sagt er auch da was dazu. Und jetzt baut er mit Alaya ein bisschen was auch, als er zumindest Erziehungslevel erreicht, Nummer 1 erreicht. Carol, wo bist du eigentlich? Am Computer zocken, am Streamen, oder was treibt sie da? Sie schaut sich Streams an. Das ist ja schön für dich. Kannst du mal für uns alle was kochen? Komm, wir tun mal so Mittagessen servieren, gedünsteter Fisch, wir tun mal so, als wäre wie eine ganz tolle, glückliche Familie. Als wäre das ganz normal, dass wir erst einen Ehemann begraben haben und jetzt schon wieder beim nächsten sind. Wir müssen Orange ja auch einen Heiratsantrag machen. Von mir aus kann der auch völlig unromantisch sein. Vielleicht nicht heute, weil heute sind wir bei ihm eingezogen, das ist schon ein bisschen schnell. Aber vielleicht so, wenn wir das Haus umgestaltet haben, dass wir uns dann mal mit dem irgendwo hinsetzen und dann vielleicht auch medienwirksam irgendwo draußen einen Antrag machen, dass wir irgendwo essen gehen oder was trinken gehen in eine Bar oder so. Wenn er den allerdings ablehnt, naja, dann ist es eine Schlagzeile wert gewesen. Nice Girl. Komm, wir machen mal hier zum Essen rufen. Lena kommt schon, die freut sich über Fisch. Die Kleine kommt auch. Aha, ein Tisch, an dem wir alle sitzen. Nein. Sag bloß, wir setzen uns alle an einen Tisch. Guck dir das an. Was ist da los? Nur die, also nur Alaya, die ist halt zu klein. Das dauert noch, bis sie kommt. Die läuft irgendwo gerade rum. Bisschen traurig auf der Suche, wo wir sind. Aber sitzen sie alle schön am Esstisch? Vielleicht auch, es ist ein bisschen peinliche Stille. Keiner redet. Carol lacht, grinst etwas dümmlos. So wie Orange Belly Moon auch. Okay, Ben hat, glaube ich, die Schnauze voll. Kommt der Kram noch weg? Oh nein, der räumt alles weg. Meine Güte, meine guterzogenen Kinder. Hey, guck mal, da kommt auch Alaya endlich an. Hat sich noch was zu essen gekriegt? Jetzt gehen alle wieder in Alaya den Raum betritt. Oh no. Girl, hast du was zu essen bekommen? Ja. Da sitzt sie jetzt. Alleine. Hey, komm, Carol. Kannst du dich nicht wenigstens hier dazusetzen? Und ihr, weiß ich nicht, wenigstens dabei zusehen, tratschen. Und dann fragen wir sie mal über Lena. Komm, du kannst doch die Kleinste hier nicht so traurig da jetzt rumsitzen lassen. Sie ist jetzt wählerisch beim Essen. Pingelig. Hat dir der Fisch nicht geschmeckt? Na gut. Ich meine, sie soll ein kleines Starlet werden. Sie hat jetzt schon Star-Allüren. Ich brauche mich ja eigentlich nicht beschweren. Und schaut mal, da setzt er sich zwischen die Kinder. Also dafür, dass er keine Kinder mag? Ich meine, gut, das sind Teenies. Er macht sich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin zwar irgendwie überrascht, dass er sich so gut macht mit den Kindern und irgendwie bin ich besorgt, dass er sich so gut macht mit den Kindern. Gerade mit Alaya, äh, mit Lena. Also ich kann mir vorstellen, dass Lena ihn zwar mag, so ein bisschen auf sie aufschaut, weil ich meine, sie ist jetzt Teenagerin, sie ist sportbegeistert. Er sieht sehr durchtrainiert aus. Ich glaube, dass er viel Sport macht. Er ist ja ein bisschen fame, dass sie schon Interesse daran hat, über ihn halt Dinge zu erfahren, aber auf gar keinen Fall in so einer romantischen Art, wie er das wahrscheinlich jetzt gerne hätte. Da wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als mit der Mutter vorlieb zu nehmen. Oh, ist das wild. Ich meine, gut, Lena, Lena, komm, mach doch mal ein bisschen Sport. Hier ein paar, ähm, Runden schwimmen. Ach, sie muss sowieso in einer Stunde zur Arbeit. Sehr gut. Puh, dann hat sich das ja zum Glück auch erledigt. Und Ben macht freiwillig seine Hausaufgaben. Siehe ich das richtig? Ja, okay. Nicht schlecht. Und Carol ist einfach mal hier über die Straße gegangen. Guck mal, hier ist ein Spielturm. Und spielt Schach? Alles klar. Carol hat gerne geputzt. Sie ist ordentlich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Carol inzwischen ordentlich ist. Wow, ist das wild. Warum haben wir uns in den anderen Häusern nie irgendwie mal rausbewegt? Oh, guck mal. Orange Kontakt zu Alaya. Alaya etwas unsicher. Er glaubt, er ist sein Kind. Was macht er jetzt? Er hat sie auf dem Arm. Weiß auch nicht so recht. Hä. Das ist etwas unangenehm. Aber vielleicht nähert er sich so ein bisschen einfach an, dass er sie einfach mal hält und schaut, was passiert. Okay, er hat sie von A nach B getragen. Gut, das ist für heute völlig akzeptabel. So, was ich eigentlich sagen wollte. Mich interessiert, womit der Ruhm aufgebaut hat. Also, warum ist der fame? Ich weiß nicht genau. Durch was? Aber kann man nicht, wenn man dann ein bisschen bekannt ist, anhand der Bekanntheit weiter bekannt werden? Wisst ihr, was ich meine? So von wegen mit Autogramming geben, Meet and Greet, ein Gesellschaftsereignis, kannst du am Telefon planen. Ich kann mit ihm jetzt was planen. Oh, ich mach mal die PR-Agentur. Keine Ahnung, was ich mit der machen kann. Dann überprüfen wir mal die Follower. Okay, wir haben unsere PR-Agentur angerufen. Wir wollen eine gute Geschichte verlangen oder eine miese Geschichte verlangen oder auf die Gästeliste eines Promis gelangen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt eine gute Geschichte verlangen, weil wir ja bald wahrscheinlich mit ihm dann die Verlobung und die Hochzeit machen, dass so ein bisschen sein Beruf steigt. Geschafft, Orange. Wir haben positive Fakenus über dich verbreitet und die Leute haben dich sorry geschluckt. Dein Ruf wird sich sofort verbessern. Da haben wir direkt einen Follower angesammelt. Ja. Krass. Okay. Lass mal gucken. Wenn ich jetzt, ich bin jetzt Fame. Kann ich hier so rumstehen? Nee. Ich lass ihn mal hier hin joggen. Vielleicht kann er ja Paparazzis anziehen oder so dieses Posen machen. Natürlich schön Oberkörperfrei an so einem heißen Tag wie heute. Was soll man noch machen? Für Fotos posieren. Gibt es denn keine Aktionen, die meinen Ruhm steigen lassen? Nee, ich finde jetzt nichts. Ich finde tatsächlich nichts, was ich mit ihm ausführen kann. Womit der Ruhm steigt. Komisch. Aber er setzt sich zu Carol. Okay, jetzt dachte ich schon, er setzt sich vielleicht zu der anderen. Und spielt mit ihr Schach? oder er sitzt am Handy. Vielleicht kann ich auch irgendwas mit dem Handy machen? Simstagram-Story. Dann werden wir halt Influencer. Flirte, die wir doch uns selbst ein Autogramm geben, lässt keinen Ruhm zu. Naja, da sitzen die beiden und spielen Schach. Und da hinten kommt der Leier angewackelt. Ich meine, wir sind jetzt, wir sind jetzt da. Uns gehört hier alles. Warum sollen wir uns hier auch außerhalb unserer Wohnung bewegen? Lena ist zur Arbeit gegangen. Was macht Ben? Tschöne in seinem neuen Haus. Und wo ist Alaya? Alaya ist auf dem Weg, ach Gott, zu Carol. Wenigstens bewegt sie sich. Wir haben sie einfach dann zu Hause zurückgelassen und sie ist jetzt den Weg über die Straße zu uns gelaufen. Alles klar. Carol wartet auf sie. Geil. Und wieso könntest du mich bitte baden? Jetzt können wir baden. Und Orange ist schon wieder von der Nächsten angesprochen worden. Von Kaori. Ich gebe ihr auch ein Autogramm. Die sind eh nichts wert. Die könnt ihr alle haben. Und Orange wird jetzt angespannt, okay, wegen neuem Baby. Das ist, könnte man jetzt so oder so sehen. Er ist zwar eigentlich angespannt, weil er jetzt dieses neue Baby mit Billy hat, von dem er ja eigentlich nichts weiß. Und ich würde sagen, er ist jetzt angespannt wegen dem neuen Baby, weil halt Carol mit ihren Kindern und mit Alaya zu ihm gezogen ist und er ja eigentlich auch keine Kinder möchte und da gehört ja Alaya dann auch dazu. Also eigentlich mag er sie auch nicht. So Leute, ich glaube, wir müssen einfach Simstagramm. Ich glaube, wir müssen hier Simstagramm. Chronik überprüfen. Lena hat Geld heimgebracht. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, ich dachte, wenn Stars rumlaufen, dass sie dann mit Ruhm, also dass sie Ruhmpunkte verdienen können. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht so genau, warum es bei ihm nicht klappt. Er kann zwar posen, aber es juckt halt keinen. Dann arbeiten wir halt mit unseren, mit unseren, oben ohne Selfies. Ich meine, er kann sie ja sehen lassen, so vom Sixpack her. Und so in der Badehose, wenn er nicht seine Ohrringe und so drin hat und sein Haarnetz, finde ich ja, sieht er ja ganz gut aus. Hey, wir haben schon 36 Follower. Oha, und zwischen Ben und Carol scheint es jetzt langsam schwierig zu werden. Jedes Gespräch und jede Interaktion hat das Potenzial, unangenehm zu werden. Und das ist bei Carol und Ben definitiv der Fall. Ja, wisst ihr was, ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil Ben ist jetzt ein Teenie-Junge, der jetzt wirklich in ein Alter kommt, wo er einfach für sich selbst denken will. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das alles ein bisschen zu viel wird. Jetzt schon wieder ein Mann, schon wieder ein Umzug, dass ihn das einfach wütend macht und dass er anfängt, Carol so ein bisschen die Schuld zu geben. Und ich meine, er ist Teenie und da gibt es halt auch einfach schwierige Phasen. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, er ist zwar ihr Liebling und es wird er immer sein, aber trotzdem würde ich sagen, wir machen jetzt mal ja, sodass es, dass die Dynamik zwischen den beiden jetzt mal etwas schlechter ist und vielleicht wird sie später wieder besser. Schauen wir mal, was hier passiert ist. Ich glaube, sie hat ihn beim Baden gestört oder umgekehrt. Vielleicht auch, weil sie frech ist. Vielleicht auch einfach, weil sie brech ist. Ben geht jetzt nach oben schlafen. Lena hat sich hier in das kleine, also Lena hat sich dieses Bett, dieses Zimmer ausgesucht. Dieses Zimmer hat sich Ben ausgesucht. Das finde ich ja schon mal ziemlich nice. Für Alaya müsste hier das Bett passen. Ja, sie kann in dem Bett schlafen. Sie ist auch müde. Carol geht jetzt auch ins Bett und Olenspelli Moon ist noch draußen und flirtet mit irgendwelchen Frauen. Beleidigt irgendwelche Frauen. Oh mein Gott. Scheima. Pakorvik Scheima. Alter. Komm. Ich schicke ihn jetzt mal nach Hause und wisst ihr was, Leute? An der Stelle werfen wir noch mal einen Blick zu Billy und schauen, was bei der so vor sich geht. So. Bei Billy sieht es immer noch ähnlich aus, wie so, wie wir sie halt verlassen haben. Sie wird die Kleine mal schaukeln und mit ihr reden und sie liebkosen. Aber es geht ihr schon sehr schlecht, weil sie sehr Hunger hat. Hopp auf die Stirn, küssen, anguren, hüpfen, Bindeln wechseln. Oh je. Also sie versucht ja wirklich so gut, sie kann diesem Kind da unten gute Bedingungen zu schaffen. Aber ihr seht schon, ihr Hungerbedürfnis ist sehr, sehr, sehr schwach. und ich, ich habe, ja, ich glaube, so lange geht es Billy nicht mehr gut. Sie kann sich nur um sich kümmern in Bezug auf, dass sie halt auf Toilette gehen kann, dass sie sich waschen kann, sie kann schlafen, aber sie kann halt nicht essen. Und jetzt hat natürlich die Geburt und das Stillen von Hope zerrt an ihren, an ihrer Energie und macht die ganze Situation nicht besser. Wenn Kara also nicht bald vorbeikommt und ihr was zu essen bringt, war es das wahrscheinlich mit Billy. Und mit diesem Bild einer stinkenden, völlig fertigen Billy Orange, Billy Bailey Moon beenden wir den Part für heute. Also, wir sind jetzt wenigstens umgezogen. Wir sind mal bei Orange, aber wir müssen ihn, wir müssen zum einen mal das Haus umstylen, dann müssen wir vielleicht Orange umstylen, je nachdem wie wir wollen. Dann müssen wir den Black Widow Keller unten einrichten und dann müssen wir ihm einen Antrag machen, sodass wir möglichst bald heiraten. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwie rausfinden, womit der Typ überhaupt berühmt geworden ist und ob wir das weiter pushen können. Ansonsten müssen wir ihm jetzt ja irgendwie erst eine Karriere verpassen. Ich weiß ja nicht, als Sänger, als Schauspieler oder ich schätze Fitnessinfluencer. So wie er auch schon. Ich bin gespannt, wie es mit Orange weitergeht. Zu lange wollen wir bei dem nicht bleiben, weil wir mögen ihn einfach nicht. Und wie es mit Billy weitergeht und wie Carol sich dieser ganzen Sache noch annehmen wird, es bleibt weiter spannend. Wenn du nichts verpassen willst, dann lass mir ein Abo da, wenn es dir gefallen hat, gerne auch einen Daumen nach oben. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.